Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute und heute bin ich mal nicht für euch in Dragonflight unterwegs, sondern wir wollen uns heute das Warband Feature angucken. Dieses wurde ja ursprünglich auf der letzten BlizzCon vorgestellt von Blizzard, da waren aber noch einige Fragezeichen bei dem ein oder anderen Thema offen und jetzt hat Blizzard einen relativ ausführlichen Artikel released und diesen relativ ausführlichen Artikel wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer durchgucken, mal das Feature ein wenig durchleuchten, was da wirklich alles drin ist, was geht und was nicht geht. Ihr seht, da sind auch schon einige nette Bilder mit dabei und ich würde sagen, ja, da gucken wir uns jetzt das Ganze mal ein bisschen durch. Wer jetzt von dem Feature noch gar nichts gehört hat, dem soll gesagt sein, dass quasi das Warband oder im Deutschen die Kriegsmeute ein Feature ist, dass alle möglichen Sachen für Twings oder im Englischen Alls ein wenig erleichtern soll. Also man hat viele Sachen dann accountübergreifend, wie zum Beispiel verschiedenste Ruffraktionen, bestimmte neue Kategorien, Items, auch Transmog-Kammern mit verschiedenen Rüstungsklassen quasi dann lernen, mit Einschränkungen, die in dem Artikel dann erklärt werden, Achievements werden zum Teil mehr accountübergreifend und viele andere Sachen und da würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal den Artikel ein wenig an. Zu Beginn des Artikels haben wir hier gleich mal von WoW Head eine kleine Zusammenfassung über die Hauptpunkte. Ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt als allererstes mal an und dann gehen wir weiter runter, mehr ins Detail. Als allererstes haben wir hier, Kriegsmeute-Charakter können aus allen Charakteren eines Accounts ausgewählt werden, auch Fraktions-, Abonnement- und Riemenübergreifend, aber nicht regionsübergreifend. Was bedeutet das? Ihr könnt quasi, wenn ihr einen Char auf zum Beispiel Lothar habt, den anderen Char auf Antonidas habt, dann sind beide in derselben Kriegsmeute, also es gibt eine Kriegsmeute, wo alle eure Chars auf dem Battle.net-Account drauf sind. Was bedeutet das weitergeht? Wenn ihr zwei WoW-Accounts auf einem Battle.net-Account habt, sind die auch in der Kriegsmeute drin. So ist das ja bei mir der Fall. Ich habe mehrere Accounts, die sind alle auf dem selben Battle.net, die sind auch drin. Die Fraktion spielt auch keine Rolle. Ihr könnt Horden und Ali-Chars haben, die sind ebenfalls in der Kriegsmeute mit drin. Was aber nicht mit drin ist, sind Charaktere, die auf einer anderen Region sind. Und zwar, ihr könnt zwar Charaktere auf dem deutschen und dem englischen oder französischen Server haben, die sind in der Kriegsmeute drin. Wenn ihr jetzt aber einen Char auf irgendeinem Server zum Beispiel in den USA habt, die sind auf quasi abgetrennten Regionen und die wären dann nicht in der Kriegsmeute drin. Wird wahrscheinlich bei 99% der Leute keine Rolle spielen. Solange ihr die Chars quasi auf dem EU-Ream habt, ist das alles kein Problem. Für die US-Server zum Beispiel braucht ihr eh nochmal einen eigenen Client, soweit ich weiß, und müsst ein eigenes Abo zahlen. Also ihr könnt eh nicht von US auf EU zum Beispiel interagieren. Es gibt auch noch asiatische Server, aber da bin ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so drin. Das nächste, was wir uns angucken, ist Kriegsmeutencharakter haben, Zugang zu einer gemeinsamen Kriegsmeutenbank. Da könnt ihr ähnlich wie in der Gildenbank quasi Items mit dem einen Char reinlegen, mit dem anderen Char wieder rausholen. Ist auf jeden Fall eine schicke Sache, soll aber nicht ganz günstig sein. Dann, man muss da auch Bankflächer kaufen und da wird es relativ teuer. Das gucken wir uns aber später nochmal genauer an. Man kann mit jedem Kriegsmeutenchar Transmog für seine Kriegsmeute sammeln, unabhängig davon, ob dessen Cluster den Gegenstand ausrüsten kann oder nicht. Das ist eine super Sache zum Tremog-Farm. Ich kann gleich sagen, es gibt hier eine kleine Ausnahme mit quasi klassengebundenen T-Mog. Zum Beispiel Tier-Tokens. Die funktionieren nicht. Und alles, was dementsprechend ein Klassenset ist, funktioniert leider auch nicht. Dass ihr zum Beispiel einen T3 von einem Krieger könnt ihr nicht mit dem Magier sammeln, aber ihr könnt mit dem Magier alle Platten, Ketten und Stoffsachen sammeln, die quasi nicht einen Klassentag haben. Also im Dungeon kriegt ihr alles, im Raids die Tier-Sachen kriegt ihr leider nicht. Aber davon bin ich ehrlich gesagt auch ausgegangen. Allein schon wegen der Token-Problematik, weil ihr wandelt ja das Token immer in dem Spec um, den ihr gerade habt. Und naja, sonst müsste Blizzard wahrscheinlich ein Pull-Down-Menü machen mit jedem Spec in WoW. Also ein bisschen schwierig. Dann haben wir als nächstes der erste Charakter in der Kriegsmeute, der eine Quest abschließt. Erhält eine Bonus-Belohnung. Nach folgenden Abschlüsse mit anderen Kriegsmeutencharakteren erhalten andere Belohnungen. Das dient so ein bisschen für den Ruf und zwar werden ja viele Ruf-Fraktionen einmal quasi, ja, Account-weit. Und um da zu verhindern, dass man mit dem ersten Char eine dicke Ruf-Quest abschließt und dann mit dem nächsten, die das nochmal macht und nochmal, 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 nochmal. Gibt es quasi für den ersten den großen Ruf und für den anderen gibt es dann halt eine, ja, ein paar Ressourcen war, glaube ich, im Artikel gestanden. Dann haben wir die Menschenfähigkeit. Diplomat wird aufgrund der Art und Weise, wie sie im Kriegsmeute-Ruf erworben wird, entfernt und durch was anderes ersetzt. Heißt, Menschen kriegen eine neue Volksfähigkeit. Aktuell kriegen sie ja dadurch 10% mehr Ruf und sonst würde ja jeder, der es halbwegs effizient machen will, den ersten Char auf jeden Fall mit einem Menschen spielen, um halt die, ja, diesen großen Ruf, den es durch Quest am Anfang gibt, mit einem Menschen um 10% zu erhöhen. Das hat Dark Blizzard vorgedacht und nimmt halt diese Fähigkeit raus, mal gucken, was Menschen dafür quasi an eine Stelle kriegen. Viele Erfolge werden von der Kriegsmeute und nicht mehr von einzelnen Charakternerungen. Da sind zum Beispiel so Sachen drin, dass man 100 BG-Wins jetzt 10 mit dem einen Charakter machen kann, 20 mit dem nächsten, 40 mit dem nächsten und das wird alles zusammengezählt. Ist für solche Erfolge auf jeden Fall eine nette Geschichte. Währungen werden nicht geteilt, können aber leichter zwischen Kriegsmeute-Mitgliedern ausgetauscht werden. Da soll es einen eigenen Tab geben, wo ihr quasi Währungen hin und her schieben könnt. Und dann haben wir noch kriegsgebunden bis zur Ausrüstung ist eine neue Ausrüstungsbindung. Diese Ausrüstung kann innerhalb der Kriegsmeute geteilt werden und bindet beim Ausrüsten. Genau, also das ist quasi wie Account gebunden, was wir jetzt schon kennen. Bloß, wenn ihr es dann mit einem Char anlegt, dann ist es seiengebunden auf diesem Charakter. Soll wahrscheinlich dazu führen, dass ihr mehr von diesem Gear nebenbei kriegt. Das steht im Artikel weiter unten auch nochmal ein bisschen ausführlicher drin. Und im Endeffekt könnt ihr es dann auf einen Char schicken. Der rüstet es aus und kann es nicht weiterschicken. Soll dafür, denke ich mal, gemacht werden, um nicht dir quasi ein super Gear damit zusammenzubauen. Und dann schickst du es von Char zu Char und immer mit dem du einloggst, schickst du ein Gear weiter. Also dass es dann halt auf einen Char gelockt wird. Genau. Gut, das ist soweit die grobe Zusammenfassung. Und jetzt gucken wir mal in Ticken mehr ins Detail rein. Also den ersten Punkt, was wir haben, den wir uns anschauen können, ist die Umwandlung zur Kriegsmeute. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst nur einmal ein Spiel einloggen. So wie es jetzt zumindest im Artikel steht, müsst ihr nicht mit jedem Char einzeln einloggen ins Spiel. Aber das kann anscheinend am Anfang ein bisschen dauern, bis quasi das System alle eure Charakter trackt und dann alles quasi accountweit umwandelt. Also da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen Geduld haben. So wie das jetzt hier im Artikel ersichtlich ist, kommt das Ganze mit Warwolf in. Heißt, es müsste kommen mit dem Pre-Patch, der wahrscheinlich einen Monat oder so vorm Elrond etwa erscheint. Also es wird noch ein bisschen dauern mit dem aktuellen Zeitpunkt, bis das Ganze soweit live geht. Dann schauen wir uns als nächstes den Punkt Kriegsmeuten übergreifender Ruf an. Und hier heißt es am Anfang, mit der Veröffentlichung von Warwolf in werden die meisten neuen und viele alten Rufaktionen aus Dragonflight zum Kriegsmeuten Ruf. Das bedeutet, sobald der Pre-Patch rauskommt, habt ihr zumindest schon mal die Dragonflight Rufaktionen komplett accountweit. Wenn ihr einen Kriegsmeuten Ruf besitzt, wird jeder Fortschritt eines Charakters mit allen euren Charakteren geteilt. Belohnungen werden ebenfalls für alle Charaktere freigeschalten, wobei die Art je nach Belohnung variieren kann. Kriegsmeutenübergreifende Belohnungen erhaltet ihr nur einmal, während andere charakterspezifische bleiben und mit jedem Charakter eingefordert werden müssen. Heißt, wenn ihr eine Quest erledigt, dann ist es so, dass ihr, wenn ihr sie das erste Mal macht, zum Beispiel bei einer Kampagnen-Quest, diese 2500 Ruf-Token, die kriegt ihr mit dem ersten Char und mit dem zweiten Char, wo ihr die Quest macht, kriegt ihr die halt nicht mehr. Sonst würde das ja, weil ihr mit allen Chars zusammen den Ruf sammelt, könntet ihr immer wieder diese Kampagnen-Quest machen und extrem schnell Ruf hochhauen. Da hat Blizzard schon ein bisschen dran gedacht, dass sie das ein wenig einschränken. Die ganz normalen Quest-Belohnungen, wie zum Beispiel wenn ihr jetzt eine Waffe kriegt, die kriegt ihr natürlich mit jedem Char. Also die bleiben natürlich. Dann weitergehend, sobald ein Ruf im kriegsmeutenübergreifenden Ruf umgewandelt wurde, wird der Fortschritt als der weiterste, den ein Charakter in eurem Account erreicht hat, angezeigt. Wenn ihr mit einem Charakter Ruhmstufe 5 bei Waldracken-Abkommen und mit einem anderen Charakter Ruhmstufe 10 beim Waldracken-Abkommen verdient habt, besitzt euer neuer Charakter Ruhmstufe 10 beim Waldracken-Abkommen. Heißt, es wird halt nicht zusammengerechnet, was viele gehofft haben, dass sie 4 Chars mit 5 haben und dann sind sie auf 20. So funktioniert es leider nicht. Dann seid ihr trotzdem nur auf 5, aber zumindest der höchste Char. Ich denke mal, wenn ihr jetzt einen Main habt, der die ganzen Ruf-Fraktionen, wie es bei mir zum Beispiel der Fall ist, auf Max hat, dann habt ihr das bei den Twings auch und könnt dann auch schön shoppen gehen mit den Twings und euch dementsprechend die Items kaufen. Für das T-Mog ist es egal, mit wem ihr es kauft, weil das ja eh dann Account- oder Kriegsmeuten-übergreifend ist, also sprich Account-weit. Aber jetzt zum Beispiel für Gear-Items ist es gar nicht schlecht. Dann könnt ihr euch nämlich mit den Twings bei den Ruf-Fraktionen auch die Gear-Sachen kaufen, was eine ganz nette Angelegenheit hat. Wir haben uns für den weitesten Fortschnitt entschieden, da er für viele Ruf-Fraktionen nicht gleichmäßig vorangetrieben wird. Durch Kampagnen und andere einmalige Quäste haltet ihr eine Menge Ruf im Voraus. Der Gedanke dahinter war folgender. Wenn wir sämtlichen Ruf aller Charakter zusammenzählen, wäre das ein unfairer Vorteil für Spieler, die mit vielen Zweitcharakteren losziehen. Zum Beispiel bei mir der Fall, wenn ich mit allen irgendwie am Anfang die Kampagne machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich sofort auf Max-Level. Spieler, die nur mit einem oder mit wenigen Charakteren auf das Abenteuer gehen, würden schlechter gestellt. Also wenn ihr wenige Chars habt, dann habt ihr natürlich nicht die Möglichkeit, eine Kampagne x-mal durchzuspielen. Und wie gesagt, die Kampagnen bringen ja immer den großen Ruf. Nach folgendem findet ihr die umgewandten Ruf-Fraktionen von Dragonflight. Also wir haben Drachenschuppen-Expeditionen, Centaurin der Maruk, Tusker der Iskara, Waldracken-Abkommen, Niffin von Loam und Traumberchter. Das sind quasi die ganzen großen Fraktionen, die werden umgewandelt. Und dann haben wir noch die Standard-Fraktionen, Furion und Sebalion, Kobold-Konvent, dann haben wir Handwerkskonsortium, dann die Archive von Azeroth und Sysdormi. Und dann gucken wir mal unten weiter. Das waren jetzt glaube ich nicht alle dabei. Ein paar haben sie außen vor gelassen für wenige Ruf-Fraktionen, deren Ruf wir nicht umwandeln. Darunter die Winterpelz-Vorbeugs und der Glimmer-Gron-Renner passen die Umwandlung nicht ganz zur Geschichte der Ruf-Fraktionen. Für die Winter-Vorbeug müsst ihr deren Sprache lernen und es gebe wenig Sinn, diesen Fortschritt mit anderen Charakteren zu teilen. Der Ruf beim Glimmer-Grog-Rennen ist eher ein persönliches Ansehen in den Schnecken-Rennen als ein tatsächlicher Ruf, der geteilt werden sollte. Bei beiden handelt es sich auch um kleinere Ruf-Fraktionen, die sich nicht so stark auf die gesamte Kriegsmausle auswirken würden. Heißt also anscheinend diese kleinen Fraktionen, wo sie nicht denken, dass es reinpasst, die wandeln sie nicht um. Also wir haben nicht 100% der Fraktionen und aktuell, wie gesagt, die Dragonflight-Fraktionen, die jetzt hier aufgezeigt wurden und dann halt die aus den neueren Expansions. Und jetzt kommt hier noch was zu den alten. Was die zukünftige Umwandlung von Ruf-Fraktionen betrifft, haben wir vor, uns rückwärts durch ältere Erweiterungen zu arbeiten und mit der Zeit viele alte Ruf-Fraktionen umzuwandeln. Da diese ein zeitaufwendiger Vorgang ist, wird es eine Weile dauern, bis sie abgeschlossen ist. Ähnlich wie Ruf in Dragonflight wird es eine begrenzte Anzahl von Fraktionen geben, die nicht umgewandelt werden, weil diese aus der Fan-Perspektive keinen Sinn ergeben würden. Oder es sich um eine charakterspezifische Entscheidung handelt zu werden, beispielsweise bei den Aldor und Seah aus The Burning Crusade und Pakt in Shadowlands nicht umgewandelt, da sie für eine Entscheidung einen einzelnen Charakter stehen. Gut, bei den Covernants war es absehbar, weil sonst hättest du wahrscheinlich auch die Möglichkeit, diesen Skillbaum, wo du bei den Pakten quasi auswählen kannst, dass du da mehrere gleichzeitig hast. Kann ich verstehen, die wirken zwar nur noch in den Schatten landen, aber trotzdem. Und klar, Fraktionen, die gegeneinander feindlich sind, wo du nur die eine oder die andere machen kannst, ist verständlich, dass Seah und Aldor da quasi außen vor lassen. Gut, heißt für uns, wenn ihr jetzt gehofft habt, dass alle Fraktionen sofort accountweit werden, das dem ist leider nicht so. Wirklich nur die aktuelle und die nächste Expansion sind davon betroffen, mit kleinen Ausnahmen. Und dann will Blizzard halt so nach und nach zurückgehen. Ich vermute halt, dann machen sie Shadowlands, danach Battle for Azeroth, Legion und so weiter. Mal gucken, wie lange das Ganze dauern wird. Und ja, das ist zumindest schon mal das Ganze zum Ruf. Ich denke mal, für den einen oder anderen ist das auf jeden Fall eine schöne Sache, der ein paar mehr Charaktere spielt. Dann schauen wir uns den nächsten Punkt an, und zwar Belohnung für den ersten Abschluss einer Quest. Und da heißt, ein weiteres Ziel, das wir mit der Einführung der Kriegsmeute verfolgen, ist, dass Spieler mit vielen Charakteren oder Zweitcharakteren keinen wesentlichen Vorteil gegenüber Spielern haben sollen, die ihre Spielzeit auf einen einzelnen Charakter konzentrieren. Um das zu erreichen, gibt es bei den Questbelohnungen eine neue Mechanik. Für jede Quest, die ihr mit eurer Kriegsmeute zum ersten Mal abschließt, könnt ihr eine zusätzliche Belohnung ergattern. Wenn ihr die Quest mehrmals erledigt, erhaltet ihr eine zusätzliche andere Belohnung. Und zwar seht ihr schon, haben wir eine anscheinend neue Ruf-Faktion. Und dann steht hier unten dran, das ist ein One-Time Warband-Bonus. Also den gibt es nur einmal. Und dann gibt es wahrscheinlich was anderes. Ich schätze mal ein paar Ressourcen oder so. Weitergehend, wir erwarten, dass dieser Bonus für Quest Involved In in zusätzlichen Kriegsmeutenruf besteht. Genauer gesagt, planen wir das Quest nur beim ersten Abschluss einen Bonus auf den Ruf gewähren. Wenn ihr dieselbe Quest mit eurem Zweitcharakter abschließt, erhaltet ihr nämlich, wie bei den Vorräten der Dracheninsel anstelle von Ruf, eine Bonusbelohnung in Form von Währung. Diese Währung kann frei innerhalb der Kriegsmeute übertragen und gegen Stufenbelohnung der Kriegsmeute eingetauscht werden. Darunter kosmetische Gegenstände, Reittiere und Haustiere. Also ein Haufen Collectibles, die wir wahrscheinlich, gibt es halt nicht mehr diese Vorräte der Dracheninseln, sondern dann sind es halt Vorräte von Warbifin, keine Ahnung, wie es dann heißt. Also die werdet ihr wahrscheinlich dann bekommen. So könnt ihr Quests mit eurem Lieblingscharakter abschließen, ohne dass dadurch euer Ruf oder Fortschritt beeinflusst werden. Der Charakter, der die Quest zuerst erledigt, erhält den Ruf für eure Kriegsmeute. So wird auch vermieden, dass ein Spieler mit vielen aktiven Chargen schneller Ruf sammelt, als jemand, der nur einen Char spielt. Okay, das heißt, wenn ihr mit einem Zweitchar das Ganze macht, könnt ihr halt mit den Quests nur noch Ressourcen sammeln. Und gut, ihr levelt wahrscheinlich auch über diese Quests, aber ihr könnt nicht x-mal die gleiche Kampagne spielen und einen Haufen Ruf für eure Kriegsmeute sammeln oder beziehungsweise dann für euren Main-Vorteil darüber quasi rausholen. Der nächste Punkt ist, was ist mit Diplomatie? Und das ist dieser Volksbonus, wo wir 10% mehr EP kriegen von den Menschen. Mit der Volksfähigkeit Diplomatie der Menschen erhält ein menschlicher Charakter aktuell einen Bonus von 10% auf Ruf. Bei den Rufaktionen der Kriegsmeute führt diese Volksfähigkeit aufgrund charakterspezifischer Natur leider zu Problemen. Wir möchten nicht, dass sich Spieler dazu gezwungen fühlen, einen bestimmten Charakter oder ein bestimmtes Volk zu spielen, um die Stufenbildung für ihre Kriegsmeute effektiver zu verdienen. Daher wandeln wir diese Volksfähigkeit in eine neue um. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Ich bin mal gespannt, in was das zu umwandeln. Ich finde es gut, dass Blizzard daran denkt, weil ich persönlich, wenn ich jetzt überlege, ich hätte mal die neuen Quests natürlich erst mit meinem Main gespielt. Das ist halt ein Drill, da geht kein Mensch. Und dementsprechend hätte ich mir echt überlegen müssen, wäre es nicht sinniger gewesen, erst einen anderen Charakter zu spielen, der Mensch ist, um die 10% mitzunehmen. Am Ende summiert sich das nämlich schon zusammen. Aber bin ich ganz froh, dass wir das ändern. Und dann kommst du gar nicht in diese Padule, dass du überlegen musst, spiele ich den Main jetzt als erstes oder nehme ich jetzt quasi einen Mensch-Charakter. Dann haben wir den nächsten Punkt. So verdient ihr Erfolge für eure Kriegsmeute. Erfolge hatten schon immer eine accountübergreifende Komponente. Manche Erfolge, die mit einer blauen Schattierung sind, komplett accountübergreifend. Das ist zum Beispiel hier unten, das seht ihr ja. Das ist quasi ein Account-Achievement und das hier ist kein Account-Achievement. Viele wissen das gar nicht. Also so Account-Achievements, die gab es schon immer. Und wenn das so einen blauen, wie hier oben steht, Schattierung hat, dann ist es so, dass ihr mit allen Charts auf dem Account dran arbeiten könnt. Und davon wollen sie jetzt wesentlich mehr machen. Und da können wir jetzt noch ein bisschen weiter gucken. Der Fortschritt dieser Folge wird von allen Charakteren geteilt und der Abschluss gilt für den gesamten World of Warcraft-Account. Es gibt auch immer charakterspezifische Erfolge, deren Fortschritt im Abschluss pro Charakter freigeschalten werden. Die Erfolge werden als abgeschlossen angezeigt, wenn sie einen Charakter auf dem Account erreicht hat. Oftmals sind diese verdienten Belohnungen ebenfalls charakterspezifisch. In der Vergangenheit haben wir an einigen Stellen zum Beispiel oben im Erfolgsfenster die Gesamtpunktzahl eures Accounts angezeigt. Anderen Stellen zum Beispiel in Gilden jedoch nur die Gesamtpunkte eures Charakters. Das hat immer zu mega Verwirrung geführt, finde ich, dass man in der Gilde eine andere Anzahl gesehen hat als quasi im Betrieffendfenster. Und ehrlich gesagt, also hier ist ja die Erklärung, dass nur die charakterspezifisch in der Gilde angezeigt werden, das hat rumgebackt. Also teilweise, wenn du jetzt Battle.net Account Achievements, wie zum Beispiel Pet Battle, die habe ich mit einem Twink gemacht, weil am Anfang von MOP, als die reinkamen, mein Charke backt ist, da musste ich das mit einem Twink machen, weil der in diesem Luftschiff hängen geblieben ist. Und die haben dann seither, backen die auch in der Gilde rum. Und bei anderen wurden die aber in der Gilde irgendwie angezeigt. Also ganz, ganz komisch. Und da wollen sie jetzt was ändern. Mit der Einführung von Kriegsmeuten sollen alle Erfolge als Erfolg der Kriegsmeute gelten. Ihr, die Spieler, haben sie errungen. Also sollt ihr euch nicht gezwungen fühlen, sie mit mehreren Charakteren abzuschließen oder einen Charakter zu spielen, nur weil ihm Erfolge fehlen. Das finde ich gut. Also mal gucken, ob das dann auch so klappt. Da bin ich ja mal noch skeptisch. Aus diesem Grund haben wir das Konzept der charakterspezifischen Erfolge abgeschafft. Sehr schön. Stattdessen wird von nun an der Gesamtpunktestand der Erfolge einer Kriegsmeute bestimmt und angezeigt. Dieser Punktestand setzt sich aus der Summe aller accountübergreifenden Erfolgspunkte und den Punkten für allen charakterspezifischen Erfolgen zusammen, die mit einem beliebigen Charakter abgeschlossen wurden. Ich hoffe auch, dass zwischen Horde und Allianz tatsächlich das mal angeglichen wird, weil die beiden Fraktionen haben tatsächlich unterschiedliche Achievements zum Teil und dementsprechend auch unterschiedliche maximalen Achievementpunkte. Ich glaube, Horde hat ein paar mehr. Aber vielleicht kommt das auch noch in dem Artikel. Außerdem wandeln wir viele Erfolge in accountübergreifende Erfolge um. Tatsächlich werden alle 2000 Erfolge aus allen Erweiterungen umgewandelt. Die Philosophie, die wir bei dieser Umwandlung verfolgen, ist, dass wir Erfolge, bei denen die Möglichkeit besteht, den Fortschritt zwischen den Charakteren zu teilen, zum Beispiel x Dinge tun, so umwandeln, dass alle Charakteren einen gesamten Fortschritt erarbeiten können. Es sollte keine Rolle spielen, ob ihr als Verteidiger in der Kriegshimmelschlucht mit einem einzelnen Charakter 50 Flaggen oder mit 10 Charakteren 5 Flaggen zurückgebracht habt. Also das ist das, was, denke ich mal, viele wollen. Ich habe diese ganze Achievements jetzt natürlich schon gemacht, aber für neue Erfolge ist das für mich natürlich auch eine praktische Sache, dass ihr dementsprechend, ja, den Progress dann teilt. Ich vermute auch, dass das, wenn die Accounts auf dem selben Battle-Net sind, dass das auch funktionieren wird. Und ganz theoretisch könnt ihr dann mit zwei Accounts auch im BG sein und dran arbeiten, also zumindest bei den Winzen, ne? Aber das ist nochmal eine andere Sache. Es gibt jedoch ein paar seltene Ausnahmen. Diese betreffen vor allem Erfolge, die unter anderem gerade deshalb so schwer oder interessant sind, weil sie mit einem einzelnen Charakter abgeschlossen werden müssen. Ein Beispiel dafür ist am Rande des Wahnsinns. Ja, wobei, der ist mittlerweile, geht der, ne? Der war, früher war der ja noch ein bisschen taffer. Mittlerweile wurde ja einiges da ein bisschen abgeschwächt. Die Chendrala und sowas sind ja auch nicht mehr drin und so. Also, ja. Und der Dunkelmond-Jahrmarkt ist mittlerweile auch ein wesentlich erträglicher. Die Schwierigkeit dieses Erfolges besteht darin, den maximalen Ruf bei völlig gegensätzlichen Fraktionen zu erreichen. Wir möchten die Leistung von Spielern, die diesen besonders schwierigen Erfolg in der Vergangenheit abgeschlossen haben, nicht schmälern. Weshalb wir Erfolge wie diese nicht umwandeln. Okay, also der bleibt quasi charakterspezifisch, aber, oh gut, das ist eh eine Heldentat, ne? Die Punkte sollten ja da egal sein. Außerdem bleiben alle Erfolge, die nicht von einem geteilten Fortschritt über alle Charaktere hinweg profitieren würden, wie zum Beispiel Erinnerung an Teldra, sie charakterspezifisch, damit ihr immer bestaunen könnt, was ihr mit bestimmten Charakteren Großartiges erreicht habt. Okay, alles klar. Ich bestaune ständig meine Achievements, die ich quasi erreicht habe. Aber auch das hat keinen Einfluss auf eure Erfolgspunkte, Belohnung oder die Möglichkeit, Erfolge zu erziehen. Wir haben auch einen Blick auf die Belohnungen geworfen, die ihr für den Abschluss von Erfolgen erhaltet. Wir möchten, dass diese Belohnungen überwiegend kriegsmeutenübergreifend sind. Deswegen wird die Belohnung in vielen Fällen an die gesamte Kriegsmeute vergeben, wie zum Beispiel die meisten Titel. Ah, okay, das ist interessant, aber da kommen noch ein paar Ausnahmen. In anderen Fällen wandeln wir den gesamten Erfolg und seine Belohnung einfach in eine Account-übergreifende Belohnung um. So werden zum Beispiel Dungeon-Teleports, die ihr für die Erfolge Schlüsselstein hält, erhaltet, sowie die Erfolge selbst Account-übergreifend. Heißt, diese ganzen Teleports, die wir sowohl für die Dungeons kriegen, als auch für die Raids, wobei die Raid-Ports sind, glaube ich, schon komplett Account-weit. Aber die Ports zu den Dungeons, wenn ihr einen 20er in Time abschließt, die könnt ihr dann mit allen Shards nutzen. Und das ist eine richtig nette Angelegenheit, vor allem wenn ihr zum Beispiel auch T-Mog in alten Instanzen farmt, könnt ihr euch mit euren Shards da immer sofort hinporten, spart ihr halt ungemein Zeit. Also das ist auf jeden Fall eine schicke Angelegenheit. Dann schauen wir mal weiter. Die wichtigste Ausnahme von kriegsmeutenübergreifenden Belohnungen sind solche, die sich auf einen bestimmten Charakter beziehen, wie zum Beispiel Traum vom Worms. Und eine weitere Ausnahme sind Erfolge, die sehr prestigeträchtige Errungenschaften eines bestimmten Charakters feiern, darunter der Erfolg Gladiator Season 3 von Dragonflight. Das ist ein Titel und Fortschritt. Heißt, diese 50 Wins, die könnt ihr nicht teilen, wenn ihr jetzt mit mehreren Charaktern auf dem Rating seid, auf dem Militerrang und dementsprechend dann die Wins farnt. Und anscheinend, der Titel wird natürlich auch nicht quasi auf einem anderen Char dann gewährt. Und was haben wir dann das mit diesem Dream of Worms? Das ist quasi Outgrows the Use of Drakes. Ach, da kann man, da gibt es dann eine Belohnung für. Okay, und die ist auch charakterspezifisch. Verstehen. Okay, dann schauen wir mal weiter. Und den Fortschritt bei allen Erfolgen über alle Charakter hinweg zu verbessern, werden die meisten Erfolge über alle eure Charakter hinweg addiert. Wenn ihr zum Beispiel bei drei verschiedenen Charaktern 200 persönliche Handwerksaufträge erledigt habt, wird dieser Erfolg persönlicher Handwerks sofort beim Anmelden geschlossen. Okay, verstehe. Also das ist dann auch accountweit. Das ist eine sehr schöne Sache. Es gibt ein paar Erfolge, bei denen es nur Sinn ergibt, den höchsten Wert für alle eure Charakter heranzuziehen. Darunter der Erfolg erreicht Stufe 70. Dieser Erfolg werden in den meisten Fällen nicht umgewandelt, da sich daraus kein Vorteil ergeben. Falls doch, nutzen wir den höchsten Wert, den ihr mit eurem Charakter erreicht habt. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, was jetzt hier noch so ein bisschen fehlt, ist glaube ich zum Beispiel so Sachen wie das Elite-Set. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo da der Trigger-Punkt ist. Es gibt dann ja auch in der jeweiligen Season immer ein Achievement für die verschiedenen Punkte, wenn man Herausforderer ist und so weiter. Es kann aber sein, dass das Gear oder die Vorlage nicht durch ein Achievement freigeschalten wird, sondern tatsächlich durch das Rating. Und dass es da also gar keinen Grund gibt. Weil es wäre natürlich cool, wenn ihr mit einem Char das jeweilige Rating habt und dann das komplette Set für alle eure Klassen kriegt. Aber ich denke mal, das ist hier nicht dabei. Ich vermute, das Set wird nicht durch die Heldentaten oder Achievements freigeschalten, sondern durch das Rating an sich. Also dass das nochmal eine extra Angelegenheit ist. Aber wie ihr seht, Achievement-technisch geht es auf jeden Fall gut voran, außer bei jetzt so ganz prestigeträchtigen Sachen oder halt High-End-Pvp-Belohnung. Aber gut, da ist klar, die haben sie ja immer schon charakterspezifisch gelassen, aus guten Gründen. So, jetzt bin ich noch kurz in WoW eingeloggt, dass ich euch das mit den Ports nochmal zeigen kann, für die Leute, die das vielleicht gar nicht kennen. Also es gibt ja hier diese Portale, jetzt zum Beispiel hier, wenn ihr die verschiedenen Keys auf Stufe 20 freischaltet. Es gibt aber auch, quasi, jetzt muss ich mal gucken, ältere, die ihr durch einen Challenge-Mode freischalten konntet. Zum Beispiel, ich glaube, Sholomans gab es ja nie als M+. Das hat man damals im Challenge-Mode auf einer gewissen Stufe machen müssen, um das freizuschalten. Es gibt aber auch für die Raids diese Portale. Die sind mittlerweile schon accountweit, also die waren von Anfang an accountweit. Alle, die man über Dungeon gekriegt hat, sind halt chargesspezifisch. Und das soll sich halt ändern. Ich hoffe jetzt auch, dass die alten, die man über den Challenge-Mode bekommen hat, also die quasi aus MOP und aus WOD, dass die auch, ja, dann auf allen Shars verfügbar sind. Die haben zwar einen 8-Stunden-Coolon, wenn ihr das Dungeon aber abschließt, dann wird dieser Coolon zurückgesetzt. Zumindest ist es so im M+. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es auch, wenn ihr zum Beispiel den alten Inis T-Mog farmt, ob das dann auch abgeschlossen wird, wenn ihr das Ding quasi einfach im Normal- oder HC- oder was ihr da halt auch immer farmt, ne, ob das funktioniert. Das müsste ich mal nochmal testen. Aber dass die zumindest schon mal accountweit werden, ist eine schöne Sache. Dann haben wir den nächsten Punkt, und zwar geteilte Flugpunkte für eure Kriegsmeute. Wir machen Flugpunkte accountübergreifend. Bei normalen Flugpunkten, die ihr noch entdecken müsst, reicht es, wenn sie einen Charakter erlernt. Dadurch werden sie für die gesamte Kriegsmeute freigeschalten. Flugpunkte, die ihr bereits mit einem Charakter eurer Kriegsmeute erkundet habt, können ebenfalls von eurer Kriegsmeute genutzt werden. Heißt, sobald ihr einloggt und mit eurem Main die ganzen Flugpunkte schon habt, könnt ihr einfach mit den Twinks rumfliegen, ohne dass ihr diese Karten-Toys benutzen müsst, die man ja, ich glaube, in Shadowlands konnte man da einige kaufen, oder war das schon davor? Ja, das könnte mit BFA schon gewesen sein. Auf jeden Fall gibt es ja da verschiedene Spielzeuge, ich kann euch das auch mal zeigen. Die werden wahrscheinlich jetzt obsolet, schätze ich mal. Also hier diese Speer-Karten, meine ich. Da erkundet man ja die gesamte mit zum Beispiel hier Pandaria und hat dann auch die Flugpunkte. Also das wird wahrscheinlich obsolet. Weiß nicht, ob sie die dann auch tatsächlich rausnehmen. Der nächste Punkt ist Beibehaltung der Kartenerkundung. Die Kartenerkundung ist ein interessantes Thema, was wir bei der Ausarbeitung der Kriegsmoitensysteme berücksichtigt haben. Ursprünglich war geplant, die Kartenerkundung in eine accountübergreifende Funktion umzuwandeln. Nach weiteren Überlegungen haben wir beschlossen, die Kartenerkundung so zu belassen, wie sie ist. Es kann nicht nur Spaß machen, neue Teile einer Karte zu entdecken, sondern ihr erhaltet dafür auch Erfahrung und sie hilft euch, den Überblick über die bereits erforschen Gebiete zu erhalten. Muss ich tatsächlich zustimmen, wenn du einen neuen Twink spielst und überlegst, okay, wo war ich jetzt schon? Wo habe ich jetzt schon was gequestet? Dann ist es eigentlich immer ein guter Indikator zu schauen, okay, schaut mal auf die Map. Ah, okay, ich war da noch nicht. Also ich habe das noch nicht erkundet, deswegen war ich sicher noch nicht in dem Lager und habe das bestimmt da noch nicht gequestet. Wisst ihr, was ich meine? Also deswegen kann ich schon verstehen. Und der EP-Aspec ist natürlich auch einer, wobei, eine Riesen-EP kriegst du durch Erkunden, das ist nice to have. Vor allem, wenn du überall rumfliegen kannst, mit dem Charakter von A nach B fliegst, wenn du drüber fliegst, erkundest du, glaube ich, auch. Schauen wir mal weiter. Für diejenigen, die wenig Interesse daran haben, jede Karte mit allen ihren Charakteren neu zu entdecken, fügen wir die Kriegsmeutenkarte zu Spielzeugen überall gleichzeitig hinzu. Mhm, okay. Okay, also wenn man die einsetzt, dann kriegt man alles, was unser Warband bis jetzt erkundet hat, oder? Aries, all maps of region that you have fully explored by a member of your Warband. Okay, also alles, was wir schon mal mit irgendeinem Char erkundet haben, kriegen wir dementsprechend dann aufgedeckt. Also wenn ich mit Main alles erkundet habe, dann müsste ich damit auch quasi alles aufgedeckt kriegen. Cool wäre es noch, wenn man die EP kriegt. Überleg mal, man setzt das Teil ein, hat mit Main jegliche Kontinente alles erkundet und kriegt dann den kompletten Ruf und hat schon mal 10 Level. Aber, naja, das werden sie sicher nett machen. Der nächste Punkt gefällt mir ganz gut. Da steht kein Währungswirrwarr. Das hört sich schon mal gut an. Wie die Kartenerkundung handhaben wir auch die Währung etwas anders. Es könnte für Verwirrung sorgen, wenn Währung komplett kriegsmeutenübergreifend wird. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, die Währungsübertragung zwischen den Charakteren eurer Kriegsmeute zu erleichtern. So wird vermieden, dass ihr die falsche Währung mit dem falschen Charakter ausgebt. Ich glaube, da ist auch ein Faktor. Viele Währungen haben ja einen Cap, wie zum Beispiel Flugsteine oder sowas. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob die accountweit werden, aber wenn du dann 30 Charts hast oder noch mehr, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig mit den Caps, kann ich mir vorstellen. Anstatt einen speziellen Gegenstand zu kaufen und ihn an einen anderen Charakter zu schicken, könnt ihr jetzt jede Währung, die ihr mit einem anderen Charakter teilen könnt, direkt über die Benutzeroberfläche auf den Charakter übertragen, den ihr gerade spielt. Okay, also ihr seht schon, da haben wir jetzt hier diesen Tab mit verschiedenen Währungen und hier unten seht ihr den Transfer. Also da kann ich von zu. Ich vermute jetzt, das ist der Charakter, auf dem wir gerade sind und das ist der Charakter, wo wir es auswählen. Heißt, wenn ich das richtig verstehe, muss ich nicht umloggen. Quasi ich bin auf dem Charakter, will irgendwas kaufen, merke, scheiße, ich habe nicht genug Währung. Dann muss ich jetzt nicht umloggen, das umtauschen, schicken und wieder zurückloggen, sondern ich kann einfach den Tab aufmachen und die Währung mir zuschicken und direkt das kaufen, was ich haben will. Das finde ich praktisch. Vor allem, wenn man jetzt wie ich einen Haufen Addons drauf hat und der Ladebalken vielleicht drum mal ein bisschen länger ist und man dann ewig im Ladebalken hängt, einfach nur, weil man was von A nach B schicken wollte. Das ist auf jeden Fall eine praktische Sache. Jetzt schauen wir mal, ob das noch mehr spezifiziert wird. Währungen, mit denen ihr kriegsmeutenübergreifende Belohnungen wie kosmetische Gegenstände, Haustiere und Reittiere kaufen könnt, sind zwischen Mitglied eurer Kriegsmeute normalerweise frei übertragbar. Es kann Fälle geben, in denen eine Währung auf einen Charakter mit der Absicht verdient wird, dass der Charakter der Hauptnutzer der Währung ist, aber wir möchten euch die Möglichkeit geben, überschüssige Währungen auf einen anderen Charakter zu übertragen. In diesen Fällen gibt es bei der Übertragung der Währung einen kleinen Verlust. Diese älteren Währungen, bei denen dieser Wertverlust durch den Kauf von Gegenstände erreicht wurde, beispielsweise bei kosmischer Flux in Shadowlands. Das sind wahrscheinlich diese ganzen Endgame-Währungen, wo du dann irgendwie deinen Charakter aufwerten kannst, das war ja bei dem Flux der Fall, oder irgendwelche Giersachen verbessern kannst. Bitte beachtet, dass es immer noch viele Währungen geben wird, die nicht übertragbar sind, weil sie wichtige charakterbezogene Fortschritte darstellen. Zum Beispiel, zwei Beispiele dafür sind die Äquivalente für Wappen und Flugsteine in The War Within. Okay, also das habe ich mir schon fast gedacht, dass die Wappen nicht gehen, schade. Also die Flugsteine, muss ich sagen, ob man die jetzt unbedingt damit hätte reinnehmen müssen, weil die kriegst du ja auch über Open World Condit. Das ist jetzt nicht so, dass du den krassen, mit dem Twinkster an den Karsus der Gear basteln kannst. Bei den Wappen kann ich verstehen, wenn du jetzt irgendwie den Haufen Mythic-Wappen mit dem Main hast, dass du die nicht auf einen neuen Twig schickst und den sofort auf Mythic IT-Level gearst. Das kann ich nachvollziehen. So gut, zuletzt gehen wir alle älteren Währungen durch und ermöglichen dort, wo es sinnvoll ist, die Übertragung auf die Kriegsmeute. Okay, also es werden nicht alle alten Währungen gehen, sondern nur ein paar. Aber muss man mal abwarten, was da so alles drin ist. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Gegenstände und Ausrüstung in eurer Kriegsmeute. Da die Ausrüstung eine der wichtigsten Formen der charakterspezifischen Fortschritt in World of Warcraft ist, nehmen wir alle Gegenstände und Ausrüstungsgegenstände eine Reihe von Verbesserungen vor. Um die Verwaltung und das Sammeln von Gegenständen und Ausrüstungsgegenständen komfortabler zu gestalten und den Wechsel von Charakteren zu erleichtern. Ja, das ist jetzt erstmal ein bisschen allgemeines Geschwafel. Hier unten sehen wir schon mal ein Bild, was ein bisschen interessanter ist. Und zwar seht ihr, haben wir hier die Warband Bank und hier haben wir verschiedene Tabs, die wir dann anscheinend auch kaufen können und das Ganze ein bisschen zu vergrößern. Was vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen ist, hier unten haben wir einen Goldwert, der über 10 Millionen ist, also über dem Gold Cap. Da wird schon spekuliert, dass man, wenn dann das Business Gold Cap erhöht, was schon einige Auswirkungen hätte, unter anderem für den Black Market, oder dass einfach die Warbank einen größeren Pool hat, dass man halt da mehr Gold lagern kann. Das kann natürlich auch sein. Da sind jetzt 17 Millionen Gold drin. Muss man mal schauen, wie groß dann das Cap in der Warbank ist, beziehungsweise wie das dann allgemein auf den Charakteren ist. Jetzt schauen wir mal weiter, was hier noch steht. Die Kriegsmoitenbank erreicht ihr im Spiel über Bankier. Sie bietet für 5 Fächer mit jeweils 98 verfügbaren Inventarplätzen. Jedes Fach kann für eine steigende Menge Gold gekauft werden. Diese Fächer könnt ihr mit einem Symbol versehen und wie einen Gildentressor organisieren. Die Kriegsmoitenbank existiert zusätzlich zum Banktressor eures individuellen Charakters. Also ihr seht, hier haben wir die Bank, Reagenzienbank und die Warbandbank. Also da habt ihr einfach nochmal einen weiteren Tab. Jeder Gegenstand, der nicht sehen gebunden ist, kann in der Kriegsmoitenbank abgelegt werden. Alle Charaktere in eurer Kriegsmoite können auf die Bank zugreifen und Gegenstände nach beliebig belieben einlagern und entnehmen. Die Bank verhält sich außerdem, wie das Material ihr könnt, also Gegenstände herstellen, ohne die dafür benötigten Reagenzien auf der Bank entnehmen zu müssen. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt. Weil ich sage mal so, wenn ich jetzt irgendein Transmog-Item habe, ob ich das jetzt da drauflege und mit einem anderen Umlock auf einen anderen Charakter und das wieder rausnehme, dann kann ich es auch per Post schicken. Da habe ich keinen Vorteil. Aber, wenn man jetzt, wie ich es zum Teil schon hatte, eine Armada von Craft-Chars hat, die alle immer einen Craft-Cooldown machen, zum Beispiel einen Alchi-Cooldown oder einen anderen, da muss man mit jedem Char immer die Matts kaufen. Und wenn man das so ein bisschen sich mitrechnen will, okay, wie viel habe ich jetzt ausgegeben, wie viel Gewinn habe ich gemacht, dann ist das nervig, wenn man bei jedem einzelnen Char das macht. So kannst du den Pulk an Matts, wo du brauchst, taust du mit einem Char ein, packst es da auf diese Bank drauf und jeder Char zehrt da und muss nicht jedes Mal wieder auf seine Matts einzeln zugreifen oder muss man die einzeln quasi lagern. Das finde ich sehr, sehr gut dafür. Also, für Materialien ist das auf jeden Fall eine schicke Sache, dass da alle Charaktere drauf zugreifen können. Äh, wo waren wir jetzt? Ach, genau. Äh, außerdem könnt ihr mit der Bank Gold für alle Charaktere in eure Kriegsmeute einzahlen und manuell abheben. Okay. Äh, es gibt eine nennenswerte Einschränkung wie bei Haustierkämpfen, wenn Spieler, die mehrere Charaktere gleichzeitig auf mehreren World of Warcraft Accounts spielen, feststellen, dass nur ein Charakter, der sich zuerst auf dem Rim anmeldet, Zugriff auf die Kriegsmeute hat. Das werden wahrscheinlich jetzt viele nicht verstehen. Es ist so, wenn ihr mehrere WoWs zeitgleich eingeloggt habt, dass bei einem WoW quasi die Haustiere verfügbar sind und bei einem anderen World of Warcraft die gesperrt sind. Warum ist das so? Ähm, dass ihr quasi, wenn ihr jetzt in einem Kampf seid und parallel mit dem anderen Account jetzt auch die Pets hättet, dass ihr die nicht während dem Kampf verkaufen könnt, weil dann wird es irgendwelche Bugs geben oder die mit dem anderen Charaktere nicht hochleveln könnt und dann wird es halt auch Probleme geben. Deswegen kann man auf die nur mit einem Account zugreifen. Ich kann euch das jetzt mal kurz demonstrieren. Also, ich bin jetzt hier zum Beispiel auf einem WoW eingeloggt. Der hat hier die Zugriff auf die Pets oder wie ich es ganz generell die Herrschaft über die Pets. Jetzt zeige ich euch den in einem anderen Char auf meinem Account und seht ihr, da ist jetzt so ein Schloss dran. Mit dem bin ich als zweiteres eingeloggt und der kann jetzt mit Petbetten nichts machen. Der ist quasi geloggt. Und ebenso wird es mit der Warp Bank laufen. Warum? Naja, sonst könntet ihr wahrscheinlich irgendwie versuchen gleichzeitig Gold rauszunehmen oder gleichzeitig Items rauszunehmen um so ein bisschen was zu cheesen und da wird Blizzard halt wahrscheinlich gleich mal einen Riegel vorschieben, dass das nicht funktioniert. Also, das steht hier schon mal drin. Abschließend möchten wir noch erwähnen, dass die Benutzeroberfläche und die Funktionalität der Charakterbank ebenfalls aktualisieren möchten, damit sie wie die Kriegsmontenbank Fächer verwendet. Das passiert zwar nicht mit der Veröffentlichung von Warp und soll aber kurz danach geschehen, nachdem diese Änderung benötigen sie eure Charakterspiele. Achso, also, dann sieht die genauso aus wie das hier und wir brauchen keine Taschen mehr. Ich frage mich, wie viele Slots dann da sind, ob dann ähnlich viele sind wie hier, dass man auch fünf Tabs hat. Da bin ich mal gespannt. Diese Änderung soll die Anzahl der Plätze in eurer Bank nicht verändern. Sie verschiebt diese Plätze nur von Taschen in Bankfächer. Aber die wird, also es wird sie auf jeden Fall verändern, oder? Weil, je nachdem, was man für Taschen drin hat, wird es wahrscheinlich mehr oder vielleicht sogar weniger. Wenn man jetzt die 34 oder 36 Platz Taschen theoretisch in der Bank hat, weiß ich nicht. Also, da wird wahrscheinlich auf jeden Fall was nach oben oder unten gehen, schätze ich mal. Beim nächsten Punkt haben wir hier Kriegsmeuten gebunden bis zum Ausrüsten. Kriegsmeuten gebunden bis zum Ausrüsten ist eine neue Art von Ausrüstung, die wir mit Warwolf Inn einführen. Ausrüstung, die bis zum Ausrüsten Kriegsmeuten gebunden ist, kann innerhalb eurer Kriegsmeute frei übertragen werden, wird aber seengebunden, sobald ein Charakter sie anlegt. In der Vergangenheit gab es keine Account-gebundenen Ausrüstung mit hoher Gegenstandsstufe, weil sie von verschiedenen Charakteren hätte benutzt und frei übertragen werden können. Es wäre zum Beispiel zu einfach, einen Account-gebundenen Ring mit hoher Gegenstandsstufe zwischen Charakteren zu übertragen, wenn er nicht an einen Charakter gebunden würde. Sobald er angelegt wird, Spieler können in die Versuchen kommen, Gegenstände zwischen allen ihren Zweitcharakteren zu übertragen, nachdem welchen sie gerade spielen. Das ist nicht die Art von Spielweise, die wir fördern oder unterstützen möchten. Gut, heißt, wir haben ja die Account-gebundenen Gegenstände, das sind ja hauptsächlich die Erbstücke. Die sind zum Leveln, die könnt ihr quasi erstellen und nach dem Leveln sind die eigentlich quasi useless. Und was wir dann noch haben, sind einige Archäologie-Items und solche Geschichten, aber das sind meistens alles Low-Level-Items. Heißt, mit dem System wollen sie jetzt quasi Account-gebundene Gegenstände schaffen, die potenziell höheres Item-Level auch haben können fürs Endgame, aber, dass du die halt nicht hin- und herschickst, machen sie die, sobald du die mit einem einlegst, Sehen-gebunden. Das ist eigentlich das ganze System, warum diese Items quasi erstellt werden. Jetzt gucken wir mal weiter. Mit der Einführung des Systemen Kriegs-Molten-gebunden bis zur Ausrüstung, War-Bound Untill-equipped, die Abkürzung ist ja schrecklich, WUE, okay, naja, gut, freuen wir uns drauf, die Ausrüstung mit viel höherer Gegenstandsstufe häufiger auf eine überschaubare und vorteilhafte Weise zur Verfügung zu stellen, okay. Wir arbeiten noch an den Feinheiten, aber der aktuelle Plan sieht vor, dass WUE-Ausrüstung in Schlachtzügen, Dungeons und den neuen Tiefen verfügbar ist. Ach, Tiefen sind diese Delphs, oder? Manche Sachen sollten es nicht übersetzen. Jedes Mal, wenn ihr Gegenstände erbeutet, habt ihr eine kleine Chance, ein zusätzlich WUE-Ausrüstungsgegenstand, persönliche Beute zu ergattern. Diese Ausrüstung ist mindestens eine Stufe niedriger als andere Beute aus dieser Quelle. Derzeit eine volle Aufwertungspfad niedriger. Zum Beispiel Held Champion und kann von jeder Klasse verwendet werden. kann von jeder Klasse verwendet werden. Ich frage mich, wie sie es dann machen, ob das dann keine Rüstungsklasse hat, bis du es aus, bis du es quasi ausrüstest. Das kann ich mir vorstellen, dass du dann einen Kopfslot hast und wenn du mit einem Itemlevel, der halt dann ein Pfad runter ist, ne, und wenn du es ausrüstest, dann wird es erst zur Rüstungsklasse. Anders wird es wahrscheinlich schwierig, aber mal gucken, wie sie es machen. Ihr erhaltet allein durch Spielen gelegentlich Ausrüstungsgegenstände, die eine Stufe niedriger als eure aktuelle Ausrüstung und die ihr einem Zweitcharakter oder einem neuen Charakter geben könnt, die ihr schon lange ausprobieren wolltet. Außerdem findet ihr beim Spielen auch an anderen Stellen ab und an Wui-Ausrüstung, also haltet die Augen offen. Okay, das ist für mich auf jeden Fall ein interessantes System, wenn ihr jetzt überlegt, ihr seid im Dungeon oder im Raid oder auch in diesen Delves und ihr kriegt seid dann vielleicht im HC-Raid und kriegt dann Normal-Raid-Items, die ihr einem Char geben könnt, also falls ich das jetzt so richtig interpretiert habe, ist eigentlich schon big. Auch vielleicht für den einen oder anderen T-Mock-Sammler unter uns, vielleicht kann man da auch dann gut Dungeon- oder Raid-T-Mocks für Twings noch erhalten, also das stelle ich mir auf jeden Fall nicht schlecht vor. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Verbesserung eurer Transmogrifrikationssammlung, um Transmogrifizierungen zu sammeln, müsst ihr Inhalte lange Zeit mit Charakterspielen, die diese Rüstungsart anlegen können und das obwohl Gegenstandsvorlagen auf dem gesamten Account geteilt werden. Mit der Einführung der Kriegsmeute wollen wir das Sammeln von Transmogrifikationen viel stärker ich spreche jetzt nicht mehr komplett aus, ich sage jetzt nur T-Mock, okay, viel stärker auf die Kriegsmeute ausrichten, um euch die Möglichkeit zu geben, eure Sammlung zu erweitern und eure Zweitcharaktere nach eurem Geschmack anzupassen, kann in The War of In jeder Charakter jede Gegenstandsvorlage sammeln, unabhängig davon, ob er diesen Gegenstand ausrüsten kann oder nicht. Heißt, ein Krieger kann auch ein Stoffteil sammeln und Kettenteil oder was haben wir vergessen? Ach, Leder, genau. Klassenspezifische Gegenstandsvorlagen sind die Ausnahmen und können nach wie vor nur von diesen bestimmten Klassen gesammelt werden. Die meisten klassenspezifischen Gegenstände können von diesen Klassen nur mit einer Z-Teilmarke, also quasi einen Token, gesammelt werden. Andere Ausrüstung ist häufig ohnehin nur für diese spezielle Klasse erhältlich. Insgesamt sollen diese Einschränkungen nur einen geringen Einfluss darauf haben, ob ihr die meisten Transmog-Vorlagen für eure Kriegsmeute sammeln könnt. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Änderungen nur die Möglichkeit zum Sammeln von Gegenstandsvorlagen betreffen. Bestehende Regeln, welche Charaktere einen bestimmten Gegenstand verwenden können werden nicht geändert. Zum Beispiel schaltet ein Priester, der einen Plattenhelm erhält, das Aussehen für eure platten tragenden Charaktere frei, obwohl er selbst keine Plattenvorlage verwenden kann. Mit dieser Änderung wollen wir auch erreichen, dass ihr euch die Gegenstandsvorlagen aller Charaktere egal welcher Klasse oder welches Volks im Fenster für Gegenstandsvorlagen anzeigen lassen könnt. Also um es nochmal zusammenfassen, ihr könnt halt die T-Mox mit sammeln, ihr könnt sie aber nicht T-Mocken. Also ein Parler kann sich kein Stoffteil T-Mocken und ein Hexer kann auch kein Kettenteil T-Mocken. Das wird nicht funktionieren, ihr könnt sie aber mit allen sammeln. Ausgenommen sind die T-Sets, hatte ich aber eingangs glaube ich schon erwähnt gehabt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wenn jetzt zum Beispiel Moltencore die T-Teile direkt droppen, dass man sie dann nicht lernen kann. Das hätten sie schon machen können. Ich kann es verstehen, wenn sie durch Tokens droppen, weil den Token musst du ja einsetzen und dann kommt ein bestimmtes Item raus, je nachdem was du für ein Spec hast. Und darfst du da nichts ändern, das habe ich mir gedacht. Sonst hätten sie ein Dropdown-Menü machen müssen. Ich will das Token einsetzen als Paladin Heal und ja, in Eltern Expansions sind die Items unterschiedlich, je nachdem welcher Spec du bist. Da ist es nicht nur auf die Klasse, da hast du dann nicht, dass der Set-Bonus wechselt, wenn du umspecst, sondern du ein festes Item für einen Tank-Parler, ein festes Item für einen Reti und so weiter. Die sehen zwar gleich aus, haben aber eine andere Item-ID. Also für ID-Sammler ist das tatsächlich eine relevante Geschichte. Was ich aber sehr gut noch finde, ist hier unten die Möglichkeit, dass man jetzt die Klassen durchswitchen kann. Dann kann man im T-Mock-System das quasi anzeigen lassen, alles was ein Warrior T-Mocken kann, alles was ein Parler T-Mocken kann und so weiter. Und selbiges habe ich gesehen, bei den Sets ist es auch so. Also ihr könnt euch dann auch alle Sets anschauen von den anderen Klassen, was ich sehr gut finde, weil ich habe im Stream öfter die Situation, hey, ich finde das und das Set vor dem Parler richtig cool und ich bin selber gerade auf dem Hexenmeister oder auf dem Drill oder was weiß ich und dann kannst du es immer nicht angucken. Das ist dann ein bisschen cooler oder du kannst auch so ein bisschen durchschauen, bei den anderen Klassen, wo du jetzt gerade nicht eingeloggt bist, wie viel hast du gesammelt? Ist eine coole Sache und das finde ich auf jeden Fall gut, dass wir es machen. Für das Sammeln der Ausrüstung, ja, ich kann euch so viel sagen, für Dungeons ist es super, für Raids ist es auch nicht schlecht, weil ihr dementsprechend schneller mehr T-Mog kriegt. Bei mir war es aber fast bei allen Raids so, dass selbst, wo ich mit mehreren Accounts gefarmt habe, ich habe das ja mit vier parallel gemacht, um halt die vier Rüstungsklassen abzudecken, dass am Ende ich immer die letzten Items waren die Tier-Tokens, weil du da halt ja, viele verschiedene Chars brauchst. Du musst mit vielen verschiedenen Chars reinlaufen im Tier-Tokens zornen und wenn die jetzt quasi immer noch nicht mit allen sammelbar sind, dann wird es an der Anzahl der Runs wahrscheinlich nicht viel ändern. Ihr kriegt zwar dann schneller, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur einen Account habt und reinläuft, kriegt ihr die Handgelenke, die Schuhe und dieses ganze Zeug, kriegt ihr viel schneller, dann habt das im zweiten oder dritten Run, aber ihr müsst trotzdem 20 Runs laufen, bis ihr alle T-Teile von allen Klassen habt. Wisst ihr, was ich meine? Also, ihr kriegt zwar schneller mehr T-Mog, aber die insgesamte Anzahl an Runs, wenn ihr alles aus dem Raid haben wollt, die wird sich dadurch wahrscheinlich nicht verändern. Genau. Jetzt gucken wir mal weiter, was hier noch schönes zu tun ist. Ihr habt es außerdem leichter, Gegenstandsvorlagen von ungebundenen Gegenständen zu sammeln. Ihr müsst den Gegenstand nicht mehr ausrüsten, um ihn zu eurer Sammlung hinzuzufügen. Jedes Mal, wenn ihr einen Gegenstand durch Entzaubern löscht, verkauft, bis USW zerstört, erhaltet ihr die Gegenstandsvorlage automatisch. Es gibt auch eine neue Funktion, mit der ihr die Gegenstandsvorlage von beim Anlegen gebundenen Ausrüstung, die ihr nicht anlegen könnt, direkt sammelt, indem ihr sie stattdessen im Kriegsbeuten gebundet bis zum Ausrüsten umwandelt. Ah, okay, interessant. Vorhandene Ausrüstungsgegenstände in der Bank oder im Inventail des Charakters werden automatisch zu eurer Transmogrifikationssammlung hinzugefügt, wenn ihr euch zum ersten Mal mit diesem Charakter anmeldet. Heißt, wenn ihr einloggt im Pre-Patch und ihr habt davor einen Haufen T-Mogs Sachen gesammelt, die ihr vorher nicht lernen konntet, habt es auf die Bank gepackt, ihr loggt ein, kriegt den Haufen T-Mogs. Wenn ihr ATT anhabt, also all the things, dann Shepards ordentlich beim Einloggen. Um diese Änderung Rechnung zu tragen, nehmen wir kleine Anpassungen an der Art und Weise vor, wie das Sammeln von Ausrüstung in Schlachtzügen mit Plündern als Gruppe funktioniert. Auf alle Ausrüstungsgegenstände mit einer Gegenstandsvorlage, die ihr noch nicht besitzt, könnt ihr mit der Option Transmogrifizierung würfeln, statt mit Gear, wobei Transmogrifizierung eine höhere Priorität hat. Okay. Also ihr seht schon, wir können hier Bedarf würfeln und T-Mog oder es wegklicken. Transmogrifizierung würfelt, haben Ausrüstungsgegenstände, die eure aktuelle Charakter ausrüsten kann, eine höhere Priorität als solche, auf die ihr mit Charakteren würfelt, die den Gegenstand nicht anlegen können. Zum Beispiel schlägt ein Priester immer einen Krieger, wenn beide auf eine Transmogrifizierung für Stoffrüstung würfeln. Okay, interessant. Also wenn ihr T-Mog-Farmen geht, könnt ihr eure Gruppe immer noch so gestalten, zum Beispiel ich will mit einem Priester in eine Indie gehen, dann lade ich möglichst wenig Stoffklassen ein. Die Bories können zwar auch auf auf meine Stoffsachen rollen, aber ich habe dann immer das Vorrecht als Stoffträger. Interessant. Also man kann da schon noch ein bisschen gucken, dass man sich Vorteile rausarbeitet. Macht auch Sinn, wenn man im aktuellen Raid läuft und dann würfeln alle Klassen auf einen T-Mog gleichberechtigt und ihr spielt jetzt vielleicht nur einen Char, dann ist es vielleicht ein bisschen unfair, wenn euch die anderen das Zeug wegwürfeln und ihr aber nur zum Beispiel als Priester jetzt, um das Beispiel weiter aufzugreifen, wenn ihr nur den einen Char spielt und das andere euch ja eigentlich nicht interessiert. Also da ist es schon ganz gut, dass wir noch das Vorrecht einräumen, aber dass du zumindest auch, wenn es sonst keiner haben will, auch als Worry das Priesterzeug oder das Stoffzeug quasi mitnehmen kannst. Dann haben wir es bald geschafft, jetzt haben wir den letzten großen Überpunkt, alle zusammen, aktualisierter Charakter-Auswahl-Bildschirm. Wir haben den Charakter-Auswahl-Bildschirm aktualisiert, damit ihr eure gesamte Kriegsmaute in einer Charakterliste betrachten könnt. Ihr müsst nicht mehr zwischen den Reams wechseln, um die Charaktere auf den anderen Reams zu sehen. Die einzelnen Ausnahmen sind mehrere World of Warcraft-Abo-Demons auf einem Battle.net-Account. In diesem Fall steht ihr nur die Charakter des Accounts, mit dem ihr angemeldet seid, auch wenn alle eure Charakter über alle Abodemons hinweg Teil eurer Kriegsmaute sind. Außerdem dachten wir, dass es euch sicher gefällt, wenn ihr einige Charakter eurer Kriegsmaute beim Abhängen zusehen könnt. Okay, also ihr seht, wir haben vier von den Charakteren, die können wir am Anfang sehen und wir haben anscheinend keine Serverauswahl mehr, sondern wir haben dann einfach eine ganz lange Liste. Was ich mich jetzt frage, also ich habe auf dem Main Account, ich glaube, fast diese 60 Charaktere quasi aufgelistet, dann wird das ein ganz schönes Gescrolle. Was ich aber sehe, hier oben gibt es eine Search-Leiste, also wo man suchen kann. Ich vermute jetzt einfach mal, da kann man den Namen von dem Char eingeben und findet den dann, weil wenn du dann einen Haufen Chars hast, bis du durchgescrollt hast, vor allem ich habe auch meine Chars, einige heißen tatsächlich Täler, also wirklich mehr, als ich zugeben möchte. Da war ich immer noch so ein bisschen besser aufgestellt, weil ich gesehen habe, ach, der ist aus dem Server, der ist auf dem Server, da wusste ich welcher welcher ist. Das wird jetzt interessant, wenn die alle in einer Liste sind. Muss man mal gucken, wie das dann genau funktioniert. Gut, schauen wir mal weiter. Bei der Veröffentlichung von Warwithin könnt ihr diese eine Szene von vier Charakteren hinzufügen, wir arbeiten allerdings an der Entwicklung breiterer Szenen, die ihr in Zukunft sammeln könnt. Wir hoffen, dass ihr euch genauso wie wir darauf freuen, euch im Verlauf der Erweiterung mehr diese Szenen zu verdienen. Ich glaube, das war ursprünglich gar nicht geplant, dass da mehr kommen, aber auf der BlizzCon wurde das x-mal gefragt und dann haben sie, glaube ich, jetzt so ein bisschen nachgegeben, was ja auch Sinn macht. Also vorher hat man pro, glaube ich, Fraktion einen anderen Schadbildschirm gehabt und jetzt hast du quasi einen da um das Camp rum. Macht schon Sinn, dass du da verschiedene noch hast. Um euch die Entscheidung zu erleichtern, welche Charakter ihr gerade spielen sollt, haben wir bei der Charakterauswahl außerdem weitere Informationen für jeden Charakter hinzugefügt. Das Kriegsmaßensystem ist ein dauerhaftes Feature, das wir auch in Zukunft weiter ausbauen möchten. Wir freuen uns auf eure Meinung und euer Feedback, während wir die Entwicklung an Devolvus innen fortsetzen. Wie Spaß mit euren neuen Zweitcharaktern, wir sehen uns in Azeroth. Das ist doch ein nettes Ende. Achso, hier nochmal die weiteren Infos. Was haben wir jetzt? Wir haben den Namen, den Ream, okay, das ist schon mal wichtig, aber haben wir den hier? Ne, wir müssen quasi wahrscheinlich drüber fahren. Also wenn wir jetzt hier in der Liste haben, haben wir wirklich nur den Namen, Level und wo er ist. Wenn ich jetzt, ich habe bestimmt 10 Drillcharts, ne, ich habe wahrscheinlich mehr als 10 Drillcharts, die Taylor heißen mit verschiedenen Accents, manche natürlich auch gleich, weil die auf den verschiedenen Servern sind. Wenn die jetzt so in der Liste sind, dann kann ich die eigentlich schlecht auseinander halten. Ich weiß, ich muss über die drüber fahren und dann siehst halt den Server, Item Level, ist ganz nett, ne, wo er ist, dann was er für Beruf hat, das ist auch ganz cool, wenn du jetzt sagst, ah, ich wollte irgendwas mir herstellen, M-Plus-Score siehst du, Arena-Score siehst du und du siehst das Gold. Das muss ich sagen, ist cool. Ich hätte ganz gern den Server, hätte ich hier in der direkten Ansicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hier unten haben wir jetzt noch Warband-Charakterlist. Ich weiß jetzt nicht, was das noch für ein Punkt ist. Muss man mal gucken, genau. Aber sonst sind wir durch. War jetzt doch hier ein längerer Ritt. Falls jetzt noch irgendwas unklar ist, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann versuche ich vielleicht noch drauf einzugehen. Und ja, sonst schreibt mir gerne auch eure Meinung zu dem Warband-System mit rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht ist das eine oder andere noch dabei, wo ihr sagt, oh, das hätte ich anders, hätte ich gern, dass das anders ist. Und wahrscheinlich werden die meistens, wie ich sehen, also diese Tier-Tokens, also dass quasi man das T-Mog leider nicht von klassenspezifischen Sachen kriegt. Finde ich schade. Aber davon bin ich quasi auch ausgegangen. Gut, dann beenden wir das Ganze. Hat mich gefällt, dass es dabei war. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.